Guten Tag, herzlich willkommen auf der Seite von Treffpunkt Online. Mein Name ist Alexandra, Alexandra von Rohr. Ich bin die Leiterin des Sprachinstituts. Sie möchten Deutsch lernen und überlegen, ob online etwas für Sie wäre. Online lernen kann man als Zusatzkurs zu einem Sprachkurs oder auch als alleinigen Kurs einsetzen. Der Kurs eignet sich für Erwachsene, Jugendliche und auch Kinder. Wir wählen dann das Material, die Didaktik und den Trainer entsprechend aus. Meine Lehrerkollegen sind Deutsch-Muttersprachler, absolute Lernprofis mit viel Erfahrung im Präsenz- und Onlineunterricht und im Schnitt zwischen 30 und 55 Jahre alt. Im Onlineunterricht kommunizieren Sie allein mit Ihrem Privatlehrer. Sie bestimmen, wann Sie lernen wollen. Das heißt, Sie sagen uns an welchem Tag, zu welcher Zeit und wie oft pro Woche. Beim ersten Mal schreiben Sie dies in das Anmeldeformular. Nach dem ersten Onlineunterricht mit Ihrem Lehrer besprechen Sie es direkt mit ihm. Sie können den Unterrichtstag und auch die Unterrichtszeit variieren und wenn Sie einmal länger keine Zeit haben, auch pausieren. Sie bestimmen auch den Inhalt der Stunden. Wollen Sie allgemeinsprachliches Deutsch, Deutsch für den Beruf oder eine Prüfungsvorbereitung für Goethe, Telg oder Testaff? Möchten Sie alle Fertigkeiten wie Schreiben, Hören, Lesen und Sprechen üben oder sich mehr auf Ihren sprachlichen Ausdruck und die Aussprache konzentrieren? Möchten Sie Ihre Geschäfts-E-Mails mit uns korrigieren, eine Präsentation auf Deutsch oder vielleicht sogar ein Vorstellungsgespräch vorbereiten und Ihre Grammatik verbessern? Dies und viele andere Themen sind möglich. So, wie können Sie anfangen? Gehen Sie auf unsere Website und buchen Sie unser Starterpaket zum reduzierten Preis von Euro 50 für zwei Einzeltrainings a 45 Minuten. Sie wählen bei der Anmeldung sofort aus, ob Sie mit Kreditkarte, Paypal oder Banküberweisung zahlen. Nach Erhalt Ihrer Buchung sende ich Ihnen drei Dinge per E-Mail zu. Eine Bestätigung Ihrer Einschreibung, einen Einstufungstest oder, falls nicht gewünscht, Fragen, die Sie in einer E-Mail auf Deutsch beantworten sollen und die Kontaktdaten Ihres Trainers. Nach den zwei Teststunden freue ich mich, wenn Sie sich bei mir melden und mich wissen lassen, ob Ihnen die Stunden gefallen haben. Wenn Sie dann weitere Stunden buchen möchten, buchen Sie Pakete von 10, 20 oder mehr Stunden zu A 45 oder 60 Minuten. Als privat und sehr persönlich geführtes Sprachinstitut kenne ich alle meine Online-Kollegen. Mit meiner Erfahrung kann ich den jeweils richtigen Lehrer auswählen. Ich arbeite im Sprachtraining seit 1995 und im Online-Training seit 2008. Als Firma, Privatperson oder Eltern finden Sie in mir eine kompetente Ansprechpartnerin. Neben meinen sehr engagierten Sprachtrainern werde auch ich für Sie da sein, wenn Sie Fragen haben. Melden Sie sich gerne bei mir. Auf Wiedersehen.